ja hallo herzlich willkommen zurück bei minecraft und ja ich jetzt mal ganz in den optionen und da war schon okay dann gehen wir mal hier weiter haben wir jetzt hier einen minenschacht oh ja oh gott wir werden hier nie wieder raus dann können wir hier nie wieder raus können so safe nie wieder oh dann kann ich jetzt ganz nicht nur auf entspannte kohle raus so oh gottes ja hilfe ja hilfe alter was ist das oh man ohne neue eisenspitze ich brauche ich brauche nicht so jetzt nur noch hier alter 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 ich brauche jetzt ganz gut muss ich jetzt dringend mal ja und die guten ja kann man da was machen dann nehmen wir auch mal mit melonen jawohl jawohl ja dann haben wir ja gleich noch ein bisschen facken das ist ja mal wieder nice klar wir hätten jetzt hier den spawner und hätten auf ganz uraltmodisch eine monstervolle bauen kann ich glaube ist aber mittlerweile anders ja ich weiß ja jetzt auch nicht ich mach mit das geht nicht alle das ist unbedingt bis dann und das ist ja das ist ja Dann mach ich mir ne Hose, jawohl. Ich will mir den noch heißen Späßen direkt machen. Ja, ja, jetzt spenden, ich komm jetzt an. Dann hab ich hier ein Problemchen. So, wie kommen wir das noch raus? Ja, ja, easy. Easy. So, jetzt machen wir den. Ach, Schuhe und Helm. Okay, dann mach ich jetzt schon mal nen Helm. Dann haben wir den auch schon mal. Und dann hatten wir eigentlich das Spiel nur noch auf der Uhr und das war's. So. Oh mein Gott. So. Endlich haben wir mal Eisen Equipment. Ah, lang hat's gedauert, Leute, lang hat's gedauert. Ich sag's euch wie es ist. Ähm. Dann. Aber naja. Und Küchchen noch. So. So. Wir haben ja hier mehr Öfen gemacht. So. Dann kann ich hier jetzt mal überall das ganze. So. mal dabei haben. So. So. Ich muss jetzt mal kurz hier ein bisschen Ortsang reinbringen. Ähm. Ich kühl jetzt mal alle gesammelten Sachen. Wo ich die ganze sieht. Schalb hat er. Och dann hier kommen. Hier kommt die. Äh. Die Rohstoffe und das Böttchen der Mitte. dann machen wir überall noch ein bisschen nein nein habe ich da gar eine ganze kohle noch einheit müssen nur wegen einem verfickten fleisch wie ich das wir haben eine leichte vergiftung aber nur das bild das ist alles 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 noch im rahmen einladen aber da ist dann auch der kupfer kupfer ist hier wirklich unmaßlich ist krass das gleich niemanden erzählen wie viel kupfer ich schon gefunden habe kohle ist sowieso aber ich finde kohle ist gar nicht so häufig wie kupfer da es ist meine meinung jetzt ja ok dann gehen wir gleich hier oben da kann man auch einer da ist doch die bude hier ein da ist eine schlucht da will ich überall noch gar nicht hin es ist doch alles ich habe es nicht überall nur abzweigungen ja genau ja genau von dir habe ich mir gedacht dass du wieder mehr da ist ey das kupfer ist ja wahnsinn aber das ist gut weil dann können wir das auch und unbedingt immer noch jetzt hier wieder laut ganz schön laut hier ich müsste es immer ja alles gleich abbauen wenn ich was die weil sonst glaube ich würde es hier noch fatal enden aber aber dann bekommen wir jetzt hier auf jeden fall das allererste mal richtig viele rohstoffe und können uns dann damit jetzt etwas leichter ein eigenheim mehr ähm so ok wow 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 haha oh mein gott leute da musste ich огод ich muss ich muss das ist nicht genau hier runter SPEAKER 1 krass 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 will ich ich ja ehrlich ja gut war eigentlich auch noch nicht schlecht das ist nice alter Schwede alter Schwede also die Höhle ist einfach die ist einfach die ist wirklich krass die Höhle kann man ja nix